Ja, heute gibt es jetzt mal einen animalischen Sonntag-Friemorgenskrachen vom Olli für die Kenner der Serie Daktari. Oder Daktari, da streiten sich ja die Geister. Da haut zum Klärrenzt Kontaktlinsen raus. Ja, da muss man schon echte Kenner sein. Also ein animalischer Sonntagskracher. Der Helmfried und der Rigoberth begegnen sich auf der Straße und der Rigoberth hat seine Frau dabei und führt an der Leine so ein Chihuahua spazieren. Da guckt der Helmfried und sagt, sag mal, Rigoberth, wie lange hast du denn die Rat schon? Das sagt er du. Wir sind schon 30 Jahre verheiratet. Ja, da werden viele sagen, oh, nicht der Frau verheiratet. Wir sind schon 30 Jahre verheiratet. Die Ratte.